Ich werde hier wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal haben sie jetzt getroffen. Oh, oder. Oder sowas. Ist auch okay. Jetzt mal. Au. Jetzt. Au. Uh. Hu. 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 Äh. Wir geben ihnen alles, was wir haben. Ja, ich hab's verstanden. Peter. Meine Fresse. Ein bisschen perfekt, danke. Der war nicht schlecht. So, dann. Ex-Splitz. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Sehr gut. Ich dachte schon, es hat jetzt nicht gereicht. Voll in die Schnauze. Aber das heißt, ich kriege noch eine Beläte für ihn. Das ist perfekt. Dann kann man nämlich schon bei waren. Gerade mal gleich noch Kimmerry. Nein, nicht bewegen. Genutzen. Obel ich die Serie. Lulu braucht auch noch einen. Fällt mir grad auf. Der ist ja doof. Ich kriege immer Kraft zu reden. Weil auf die Abilität brauche ich ja auch noch eine. Ha. Ach, Mist. Ach, ich bin wieder safe. Ich kämpfe 20.000 Mal lieber, als dass ich vom Blitz getroffen werde. Guten Tag. Vater. Ist das wahr? Ich glaube, ich habe gehört, dass Maester Seymour und Frau Yuna sind, die verfolgt uns. Es ist so großartig, dass ich alles erzähle. Woher hörte du das? Von der Guado. Sie waren alle sehr begeistert. Hm. Ich bin Angst, dass du ein bisschen falsch hörst. Yuna wird ihn aufrufen. Oh, wirklich? Doch, ich finde das ganz witzig. Ja, noch eine beliebte Serie, die Sie sehen. So, Tidus hat mit Walker ausgetauscht. Walker macht dann einen von denen weg. Ich habe hier einmal einen Blitz. Da war ja keine Wasserra, da brauch ich mir nur recht mit dem Wasser. Ich muss wieder das Spiel machen hier. Ich will nicht, dass Lulu noch mehr Schaden kriegt. Das ist so nötig. Nee. Stimmt nicht. Hau mal raus. Ich bin auch in 100 nur. Ich bin aber enttäuscht. Wie, der hat aber auf jeden Fall gesessen. Komm, gib ihn mir. Ja, Lulity-Sphäre. Gebsschützer. Das wäre bereit, Lulu. Warte mal, doch. Lulu hat schon. Warte mal, dann kann ich ja doch... Oh. Kann ich ja auch noch hoffen, dass es noch mehr kommen hat. Oh, das war dumm. Okay, Mary benutzt doch gar keine Magie. Ich hätte das bei Lulu machen müssen. Ah, das war dumm. Na, egal. Ja, dann kann ich es jetzt auch mitnehmen. Aber Lulu war gar nicht so weit weg. Das ist, ich könnte theoretisch mit ihr darüber laufen. Ah. Aber das ist ja dumm. Oh, warte mal. Hä? Da will ich hin. Ah, noch 20 MP mehr. Das ist natürlich nice. Waka. Und zurück ins Menü. Ja, ich hier die ganzen Folgen immer nur im Menü verbringen, ne? Das hinten, das hinten gibt es nichts. Ich habe es schon, wie denn... Ich drücke jedes Mal X, aber ich drücke es anscheinend echt zu spät. Ja, dann gib mir lieber Fights. Da kann ich echt besser mit Leben, du. Äh, weiß Magieblitz. Ich drücke das noch was. Waka. Bop. Der G, schwarze Magie. Habe ich eisraschend tatsächlich nicht? Ja, habe ich schon mal. Ja, habe ich schon mal. Ja. Ja. Das ist ja keiner. Bonk. Wie kriegst du immer noch was? Wie ist der King? Na, wie de. Das ist halt immer, dass wir reden, aber ist okay. Ach, komm schon echt direkt danach. Gibt mir halt einfach gar keine Zeit zum Reagieren. Ist okay. Was aber auch mal. Ist auch wieder so ein seltsam leuchtendes Monument. Okay. Gleich wie eben. Oh, nur leider diesmal ein Hinterhalt anscheinend. Ist nicht gut. Okay. Blitz-Rar gleich. Hätte das Schild neuer Leben. Okay. Okay, ich muss mit Waka jetzt das Team in der Mitte töten, weil sonst hat Lolo ein Problem. Aber ich würde sagen, das hört sich gut an. Und krieg Lolo hier. Und Waka macht das viel weg. Sehr gut. So möchte ich das sehen. Und nicht anders. Und am letzter Pleiter. Bin jetzt gut. Oh. Äh, das ist kacke. Vor allem, weil der anfängt. Ich glaube, dass wir nie anfangen. Hallo? Schild mal daneben. Okay, warte mal. Jetzt muss ich mal kurz... Fragen müssen wir mal erst mal so. Dann möchte ich gerne, dass das Vieh verschwindet. Dann möchte ich, dass das Vieh verschwindet. Lina heilt sich kurz von selber. Ja, natürlich. Ich krabbe das Vieh dann zu mir durch. Ist ja okay. Ich würde sagen, Titus hat das Vieh dann bitte einfach weg. Danke. So levelt man viele Leute gleichzeitig. Gemach, shit. Ah, nee. Wieder. Direkt nach dem Kampf. Das ist schon ein bisschen mies. So. Wieder ein Ex-Blitz auf alle. Schön ist gerade unendlich nützlich. Oh, das ist das Vieh. Da brauche ich zwei Anrufe für. Ach, das heilt sich selber. Ich wollte gerade sagen. Das ist perfekt. Und die Magie steigt. Das ist nicht so geil. Einmal B für alle, bitte. Komm. 1034 müsste drin sein. Na gut, okay. Nicht ganz. Dann macht Junus. Nee, okay. Aber dann macht Baka das. Sehr gut. Dann halt so. Einmal in Rowe, sagt er, während der Professionell Deutsch sagt. Weiter Abilities wäre jetzt. Ist ja sicher hier. Äh, okay. Ach, das war's schon. Ach, das war's schon. Wohoho! Das war eine nahe. Stopp kidding around. Ja, ma'am. Ach, das ist falsch. Ihr givet mir die Creeps. Ach! Ähm... Hey, wow! Ich will nach Hause! Ich liebe Lichter! Ich liebe Thunder! Let's go rest over there, bitte! Bitte, bitte! Dieser Sturm stoppt niemals. Es ist besser, schnell zu crossen. Ich weiß, aber nur für ein wenig Zeit... Well, was jetzt? Sehr schön, bitte! Nur ein paar Minuten. Ich bin Angst vor der Lichter! Bitte, bitte! Bitte, bitte! Hm. Ich bin zu jung, um zu sterben! Du bist schrecklich! Du bist schrecklich! Deine Eltern würden dich schrecklich sein! Hm. Ich bin... ein bisschen schrecklich. Du hast einen Raum? Ah! Lady Summoner! Ja! Genau da oben. Danke! Hm. Äh... Yuna? Es ist nicht wie sie. Ach, ist das kein iPad-Buch? Aaaah... Ist da irgendwas Wichtiges drinnen? Oh, warte mal was! Lesen! Früher... Früher... Das Kaktor... Die Kaktoren... Zerstörten... Ernten... In vielen Reisen... Da erschienen... Zer... Du-du-du-du-du... Später... Die Kaktoren in dieser Ebene... Er jagte einen Kaktor nach dem anderen... Und brachte ein X-Symbol an... Plötzlich ließ er den Kaktoren... Racher offen und so... Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch... Okay... Tch, tch. Ha, 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 ha. Es ist nicht leicht zu sein, wenn du so jung bist. Du bist nicht schützt. Geh weg. Gemari sagte, Geh weg. Hm. Bist du so Angst? Mhm. Als ich klein war, ein Fiend hat mich während ich auf der Bühne war. Mein Bruder versucht es zurück zu schützt. Ah! Aber er hat mich verloren. Es war ein Fiend. Es war ein Fiend. Ouch. Ich bin Angst vor dem Licht. Aber es kann sein. Magik ist effektiv gegen Marine Fiend. Mein Bruder sagte das auch. Du solltest auch lernen. Ah! Hm. Hm. Vielleicht später. Hm. Schön, dass dich wiedersehen. Willkommen in der Rinn-Agencie. Oh. Hm. 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 Yuna looked preoccupied. Hm. Was it because of Jiskal? Ich wundere, was wrong with Yuna? How goes your study of our language? That is good to hear. Hm. Lass mich Ihnen mit diesem Buch vorstellen. Oh. 14. Ah, ist da sein Inn. Ich wundere. Wurde das Herr Orrin sein? Ah, wie ich dachte. Ich habe mich gefragt, seitdem ich ihn gesehen habe, in der Miehen High Road branch. Herr Orrin. Ich wundere, ob du mich erinnerst? 10 Jahre vor, in der Beginn des Herrn Brasca. Ja. Ich bedanke mich. Nein. Nein. Ich konnte nicht einen wunderen Mann sterben, um zu sterben. Aber ich war überrascht, wenn ich dich erinnerst, mit diesem wunderen. Ein normaler Mann nicht hätte sein können. Ich würde lieber... das Thema, Rinn. Wie du möchtest. Hm. Maester Seymour und seine Entourage passen vor ein bisschen vor. Mhm. Und der Maester wird bald heiratet? Entschuldigung, wo hast du das gehört? Die Guado sagen alle. Oh, sie sind, oder? Oh, ja, 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 ja. So, irgendwie. Ausrunnen. Ich möchte mich ausrunnen. Was? Yes? Well, it's nothing really. I just... I'm sorry. I shouldn't have come in. Hey! Wasn't that... That, uh... Just go Guado guy? The sphere is his will. It says, take care of my son. Huh. His son? Seymour? Well, I know one way to take care of him. I'm sorry. Huh? What do you think you're up to? Yuna... Yuna was acting funny, so... She'll tell us when she's ready, so... Hold your Chocobo's still in! Yuh! All right! All right! All right! All right! So you can answer me... Just talk again! That's not really true, joy! with. You're like, do you like that? Vielen Dank.